Die Teilnehmer Paul Lutsch Die Teilnehmer Katie Funk Außerkong Rems Raiko Und ich Das sind die Soße Leichtigste Pommes Paul der Trementator, erste Runde Erste Runde, 80.000 Komplett rein? Ja, ja Komplett rein Ich film mal den ersten Bissen 80.000 Ja, das ist lecker Erste Runde, 80.000 Fazit? Fazit ist lecker, gut scharf So würde ich es mir bestellen, wenn ich essen gehen würde Der Geschmack ist noch in der Küffelwurst Und nicht in der Soße Ein Problem Ich bin noch gut dabei Ich bin noch gut dabei Stufe 2 Sieht genauso aus als bei den Leinen 250.000 Zucker Höhen Uff, guten Abend Ich bin jetzt mal der Erste Du bist der Erste Okay, Mike ist der Erste Alles klar? Andersrum Das ist die Drogen Die Drogen Von Drogen bei anderen Sie kriegt man Angst Das kann man nicht machen So, aber so Ich habe ja eine gleiche Drogen gemacht Das ist die Tabasco-Einschmack Das ist die Tabasco-Einschmack Das sind die Tabasco-Einschmacken Das ist die Tabasco-Einschmacken Sieht nicht? Die andere war schärfer Ja Sieht nicht mehr Ja, weil der süßer ist, ne? Schmeckt ja scharf Aber zuziehen mir So, Runde 3 375.000 Nein, 357.000 357, genau So, wir gucken mal 357.000 Inferno 2 Das gibt gar kein Hunger Ihr Schweine Ich bin jetzt der Erste Du bist der Erste Inferno 2 Die sind immer nur ein Witz Ich bin rein damit Ich bin jetzt aber Das ist doch nichts Und? Wohnhebensitz Du bist der Erste Also im Gegensatz der Letztkste Du bist der kompastischer Tag Geht mir schon leicht mits am Gauern hoch Richtung Nase Heiko wuste zum Erdsmall Heiko wuste zum Erdsmall Sehr schön Paul Oh ja, ich brauche die Milch. Oh ja, ich brauche die Milch. Oh ja, ich brauche die Milch. Riech ich vielleicht auch Milch? Na ja, Milch. Danke. Ich schließe mich mal an, damit ich das nachempfinden kann. Oh Gott, das wird es. Ah! Verhältst du mal meins? Oh Gott. Ui. Das ist die Käse, die trinkt. Ich brauche die Sau. Mal schnell hinterher. Oh ja. Wollen wir mal so sagen. Die Milch trinkt gar nichts. Klaus ist ausgestiegen. Bei 357.000. Ich hätte bitte noch mal meinen Dosenapplaus für Klaus. Hier sind die beiden ernsten Kontrahenten. Wobei Paul ja gerade ein bisschen schwächelt. Meine Füße krabbeln auch schon. Und Paul ist bis jetzt erst bis 357.000 gekommen. Das heißt, auch bei ihm ist es jetzt eine neue Erfahrung. So, Kollege, wie sieht es bei dir aus? Scharf. Scharf. Gut, okay. Scharf. Also es ist kein Genuss mehr. So, mein Statement ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich mal die Gläser anguckt. Und Mike. Paul. Klaus. Und das ist mein Becher. So. Es ist nicht witzig. Es ist wirklich nicht witzig. Es ist wirklich nicht witzig. Obwohl es, also da war noch so ein, doch noch so ein Rest vom Geschmack irgendwie. Na, also ich bin jetzt, also ich glaube jetzt geht es los, dass es fast nur noch scharf ist, ne? So, Mann, ich könnte es nicht sagen. Hast du auch noch nicht? Das war jetzt ganz die Kasse von mir. Puh. Wer ist jetzt eigentlich als Erster dran? Klaus ist ja gerade ausgestiegen. Okay. Wir schauen uns nochmal Paul an. So sieht er normal aus. Mach geht's.